Höhlchen. Ja, das letzte Spiegel haben wir mit Enigma gespielt. Lief ganz gut eigentlich. Tatsächlich, also es lief überraschend gut. Ich habe... hätte eher... oh shit. Ich hatte Schlimmeres erwartet. What? 74, Alter. 72, 122. Und eins. Yo, genau. Genau. So sehe ich aus. Oh shit, ey. Im Ernst? Warte. Was ist das? Umgebungseffekt? Alter Scheiße. Sieg im Kampf ist der Jahresbeste. Ja, du siehst nur... Okay. Asia Championship. Ist das heftig. Der ist gut, verdammt. Oh, und mein neuer Hero ist da. Den ich, ähm... Spielen soll. Five seconds remain. Draw Ranger... Wäre eigentlich kein... Oh, ich wollte schon sagen. Aber wir haben gar nichts als Ausgleich. Wir haben gar keinen... ...extrem... ...starken... ...auf unserer Seite. Das ist wirklich echt übel. Moment. Die sind rot. Aber die auch. Und trotzdem kosten die achten... Fünf Federn. Fünf. Fünf. Die sind rot. Und die sind ein bisschen dunkler. Naja. Pff. Wen interessiert das denn schon? Ähm... Gern. Mach mal... Mach mal das. Ich würde mal sagen... ...wir sind sehr aufgeschmissen. Wir sind... Also ich werde definitiv nicht darauf setzen. Vor allem. Unser Gegner. Ja. Spielzeit 2005. Fünfzehn? 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 Jetzt habe ich mich vertan. Nehmen wir nicht mal an. 2015. 2015. Herbst 2016. 16. Oh ja. 16. Oh ja. Sehen wir nicht. 12. Ja? 15. 15. 20. 15. Die Säule ist erinnert. 30 Sekunden für Videogames. 30 Sekunden. Es ist Zeit für Fantasy-World-Avatars Und was jetzt? 22 2 Meter? Ach, das muss ich immer wieder einsetzen. Alles klar. Ich meine, ich kann sehr stark werden, durchaus. Ach, das muss ich immer wieder einsetzen. Ach, das muss ich immer wieder einsetzen. Ach, das muss ich immer wieder einsetzen. Okay, 12. Fast so... Fast so... Geringe Mana kosten. Wie bei Klinks. Geht nur eben nicht so schnell wie bei Klinks sein. What? 64 Bewegungsverlangsamung. Also damit ist ja eine Flucht nahezu unmöglich. Wirkt dann für 30 Sekunden auf Creeps. Das ist interessant. Ne, ich komm nicht mal hinterher. Das ist peinlich. Das wäre echt cool, wenn wir gewinnen könnten. Boah, seit wann ist das denn jetzt so verschieben so extrem? Das ist echt heftig im Moment. Das hatte ich schon mal irgendwie. Boah, das ist so krass knapp. Oh mein Gott. Yes. Oh, scheiße war das knapp. Okay. Das war verdammt knapp. Ich muss richtig aufpassen. Ich sollte eher auf den Kurier zulaufen. Was ist denn... Was ist denn bei denen los? Da sind die Länder so auf einer Ecke. Creeps Fight. Das ist schon cool. Yes. Okay, ich bin jetzt auf 32 Bewegungsverlangsamung. Schon nicht schlecht. Das war mehr Damage. Ne, Schadensbogen. 26%. Ist eigentlich... 36%. Äh, 38 beim... Am Ende. Jetzt bin ich bei 26. Aber... Wenn du da als Bogenschütze ja mit Klinks zum Beispiel als Team... ... 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 Ich dachte, ich hätte ihn. Shit. Okay. Gut, dass ich Schuhe habe. Gut, dass ich Schuhe habe. Gut, dass ich Schuhe habe. So be it. Templar, alles klar. Ich glaube, das haben wir alle gesehen mit dem Hook. Okay, das ist strange. Ich bin gespannt, was sie bekommt. Ja. Boah. Alter, das ist nicht gut. Im Ernst, volles Leben und dann haut der mich so raus. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist ein Teil von Treven. Ja. Das ist einfach. Das ist vor der uns. Aufhör dich. Die Seite von Treven. Das ist viel adelante. den Schiff. Okay, was geht das? Okay, ich habe noch den Donus. 400 Einheiten. Okay. Den Meppo muss ich kriegen. Ich hatte beinah Meppo. Rubix war beinah hinüber. Nur dann waren sie zu dritt auf einmal. Shit. Unglaublich. Dang it. Dang it. Level 6. Und so stark. Ich habe ja... Ich wusste ja, dass sie so... stark... Also, dass die Angriffe am Ende ziemlich viel wegfetzen abdaten. Dass sie... in dem Zustand nicht schon so stark sind. Standard 100? Was geht denn mit dem Hutz ab? Zier. Die Angriffe. Just so warm. Agrient. Hm. Okay. Oh shit. Was ist denn die Nerven immer weg? Ich kann es nicht. Warum ist die denn immer weg? Okay. Flösses Stains, Gold Remains. Hey. Here we go. Im Ernst, warum ist die blöde Kou immer weg? Wow, shit. A killing spree. Good enough. Forward. Hm. Way ahead of you. Ich... Oh, Scheiße. Ach, das ist meine Ulti deswegen. Very well. Ach so. Yes. Daaaah. Dammit. Fuck, man. Hm. Warum sind die dann immer zu dritt, oder? Ah. No one go defend top tar. It needs to learn to defend itself. Nice talk on level 6. 2, 1. Lancer 0, 2. Eigentlich okay. Damn. Come schon. Come schon. Come schon. Okay. 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 Good enough. Nice. Agilitätsbonus 14. My bow is dropped. Das ist krass. Mega kill. Das ist nicht gut. Alter Schwede. Deep has forced shade. Arrow. Find your target. Ich bin ja... Das hab ich ja so gar nicht... nicht bekommen, dass mal so ne Damage-Maschine ist, wenn mal. My sentiments as well. Silent as a miss. Ah, verdammt. Okay. 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 So be it. Oh. Was ist das? Ich hab mich an die Tür. Woow. 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 Ich habe noch gar nicht viel von Phantom Assassin gesehen, 1, 1, 1. Komisch, sticht gar nicht so raus. Merkwürdig. Ich hätte gedacht, es wird mehr... Es wird mehr... Ihr Top-Tar ist untertackt. Nein! Ich habe die Gelegenheit gebrochen, das ist so heftig. Axe. Hm. 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 Ah, fuck. Hm. Silence ist immer noch drin? Auto-Zauber zählen nicht, alles klar. Hm. Hm. Ich werde die Gehen sollen. Äh. Einfach weiter gehen. Einfach weiter weg. Damals ich hab'n. Geht hier raus. Hm. Meppo ist echt gut. Tatsächlich ein Problem. What the fuck? Oh. Wir sind so am Arsch. Das ist unglaublich. Oh man. Dabei bin ich noch nicht mal Carrie. Soweit ich mich erinnere. So. Okay, da sind drei in der Mitte. Da muss ich einfach mit. Sonst. What the heck? Der Zauber ist vor mir. Fertig. Der Zauber ist in der Mitte. Was ist für ein Bord. Die Bord. Der Bord ist in der Mitte. Der Zauber ist in der Mitte. Der Zauber ist in der Mitte. Das war meine. Der Zauber ist verspannend. Der Zauber ist in der Mitte. Ja, ja, ist schon... Da ist Phantom Assassin. Okay. Ich glaube aber nicht, dass wir sie kriegen. Ist ja kein wirklicher mehr Damage, oder? Der nicht da. Wo kommen wir? Okay. Ja, ne, ist es... Ein Phantom Assassin die anleitet, in irgendeiner Form. Templer, mach damit verdammt! Hä? Ich dachte Templer wäre gut, was das Level angeht. Oder habe ich mich da jetzt vertan? Bautom Tower in... Forward. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is being destroyed. My bow is drawn. Mhm. Oh mein Junge. Well, my goodness. Your top tower is being attacked. Maybe no one attacked Dyer's tower. Ist ja so aufgeschmissen. Silent is missed. Your top tower is under attack. Oh. Oh, 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 oh. Yes. Drop tower under siege. Keep murdering. You're different. Ha, 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 ha! United. Und dominant performance. I guess size ain't everything, eh? Er hat nicht mehr als das. Er hat nicht mehr als das verdammte Hacker. Ja, verg 1943 Sieht mir doch mal, wieviel Erfahrung ausmacht. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin schon High Damage, das stimmt schon. Aber ich muss echt gucken, dass ich bei den anderen bleib, theoretisch. Da ist jetzt schon wieder X unterwegs. Invisibilität. Und was Bulletin. Das war meine Meinung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Ich brauche nicht mehr viel für den Farstaff neuen Hunden, ja gut, kein 100, aber da ich ja jetzt bei der hohen Angriffsrate bin, oh Gott, kackt. Alter, unglaublich. Ich weiß nicht wo. Stun, 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 Silence, Stun und Silence, Stun und Silence. Oh Gott. Ich muss, ich bin Level 15, ich bin eigentlich, Templar ist Level 20, aber mit Level 15 bin ich weit vorne. Ach du Scheiße. Oh, eins. Ich kann es versuchen. Ah, 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 ah. Okay. Okay. Alles klar. Oh, jahre, jahre. Das ist krass. Wir haben immer noch einen Mittauer. Hä? Hä? Hat er nicht mehr nicht mehr gemacht? Was war das denn? Okay. Und Abflug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist tot. Jaaah! Fresh mate! Ich kann mich nicht so stark, verdammt. Wenn ich hinten dranstehen kann... Oh, scheiße. Oh, scheiße, ey. Im Ernst? Hm. Hm. Okay. Die anderen kommen einfach mit ihrem Heffel nicht weiter. Ich weiß aber auch nicht warum. Hm. Hm. Wow, der Zielkreis ist echt klein. Nein. Nein. Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay. Ich bin nicht so schlecht als Draw Ranger. Ich bin nur nicht sonderlich gut. Oder das Spiel läuft nur nicht sonderlich gut. Das ist einfach... Okay. Okay. Oh, ja. What the heck? What the heck? What the heck? Ich hab jetzt 300 Schaden. Very well. Ghost Scepter. Oh, ja, Ghost Scepter. Das war meine Meinung. Rauschaum hat fallen zu den Radiaten. Silent as Mist. We will go in silence. Greenfeet. Daze. Errol, try! Na? Oh, scheiße, 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 ich bin gut. Okay. 9-11-13. Alter, wenn die nicht so gut wären. Wenn die nicht so gut wären. Your top tower is under attack. What? Oh, Mist. Oh, scheiße. Don't think you're done with me. Alter. Fang den Kampf an, verdammt. Xx. Want to punch the enemy? Don't present twice the murder. Oh, ho, 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 ho. And acceptable for justice. Three innocent lives taken. There's only honor to be chosen for death. Niiiin! What? What dusk? What? Warum konnten die mich noch sehen? Ahahahahaha Dangit Unglaublich geil Und wenn ich in so einem Spiel schon 10, 12, 13 bekomme Sollte ich in einem normalen Spiel noch ein bisschen mehr schaffen Aber Nein Nein Eine Dreiergruppe die so versagt? Scheiße Okay Nächste Niederlage Moment Falsche Aber aufgrund anderer Umstände als das irgendwer sonderlich schlecht war oder so Naja gut, dann ähm Neuer Versuch würde ich sagen Ciao